Am Anfang des Jahres sah mein Bike noch so aus. Doch das sollte nicht so bleiben. Zunächst haben wir die komplette Folie und damit das Design von der Maschine entfernt. Ja, für alle, die es nicht wussten, meine R3 ist eigentlich blau. Einige Wochenenden später wurde sie dann all black. Aber nicht nur das Dekor hat sich verändert, auch die Felgen haben eine neue Farbe bekommen. Vom ursprünglichen Schwarz-Hell-Turkis habe ich mich für eine neue Farbe entschieden. Der liebe Dennis von der Pulverbeschichtung Hamburg hat mir meine Fußrasten und Felgen in der wunderschönen Farbe gepulvert. Candy Turquise Das Besondere bei den Candy-Lacken ist der wunderschöne Glanz bei Lichtanfall. Wenn ihr die R3 live seht, wird euch das direkt auffallen. Der cleane Look der schwarzen Maschine hat was. Äußerst elegant und schlicht, aber vielleicht auch ein bisschen zu langweilig. Meine R3 sollte mehr nach Racing aussehen. In Zusammenarbeit mit Dumk und Lütz haben wir das Projekt Neues Design gestartet. Begonnen haben wir mit einer Designvorlage. Ich habe meine Vorstellungen und Wünsche geäußert und das Design daraufhin perfektioniert. Schnell nochmal das Bike geputzt und dann ging es direkt ans Folieren. Ich habe mich dabei für ein Freehand-Design entschieden. Das heißt, dass die Designobjekte teilweise per Hand zugeschnitten und aufs Bike gebracht werden. Das hat zwar zur Folge, dass nicht beide Seiten komplett symmetrisch sind, allerdings haben wir uns Mühe gegeben, es so gut wie möglich hinzubekommen. Kleinere Designobjekte wie beispielsweise die dünnen Streifen, Logos und Schriftzüge haben wir mit dem Plotter ausgeplottet, entgittert und mit einer Übertragsfolie aufs Bike gebracht. Die ganze Prozedur erfordert Ausdauer, Geschick und viele Nerven. Es hat nicht immer alles beim ersten Mal geklappt. Dann werden auch gerne mal wieder Design-Elemente entfernt und neue aufgeklebt. Insgesamt saßen wir zwei ganze Tage an dem Projekt. Solche aufwendigen Designs sind allerdings nicht das Haupttagesgeschäft von Dumk und Lütz. Der Vertragshändler für Yamaha, Suzuki und Vespa hat neben dem Motorradladen auch eine eigene Meisterwerkstatt. Sprich, egal welche Fragen ihr zum Thema Motorrad habt, die Jungs und Mädels von Dumk und Lütz können euch da weiterhelfen. So, jetzt habe ich aber auch genug erzählt, jetzt zeige ich euch das Endergebnis von meinem Design. Viel Spaß! Das Endergebnis von Dumk und Lütz Das Endergebnis von Dumk und Lütz Das Endergebnis von Dumk und Lütz Das Endergebnis von Dumk und Lütz